Wenn dir deine Fantasie zugute kommt Die Fantasie, unsere menschliche Fantasie, diese wunderbare Großsirnaktivität, diese assoziative Aktivität, die aus allem Möglichen etwas schöpft, die Fantasie, die wichtige Fantasie, Grundlage des Lebens überhaupt, Kokon des Lebens, Hülle des Lebens, Hülle der Unbestimmtheit, es sind ja nur Gedankenkonstrukte oder eben nur Fantasien, wie wir auch oft sagen, es ist ja nur eine Fantasie, so ähnlich wie ein Traum, es ist ja nicht ein Verbrechen, es ist ja nicht irgendetwas, was Folgen hat, weil ich es in der Realität gemacht habe, sondern tatsächlich nur dieses Fantastische, diese Fantasie, deren wir uns bewusst werden können und jeder Mensch hat Fantasie, jeder Mensch schöpft aus seiner Fantasie. Es gibt vielleicht Menschen, die blockieren das oder die haben das abgespalten, aber spätestens dann, wenn sie träumen, nachts wird ihre Fantasie laufen. Eine kognitive Aktivität und Fantasie ist genauso aktiv und damit genauso reell und genauso nachweisbar wie unsere reelleren Gedanken, Ausführungen, Überlegungen und natürlich unsere Taten, also unser berühmtes Verhalten. Wenn dir deine Fantasie zugute kommt, dann schlägst du nicht zu. Dann lebst du deine Aggressionen aus in deiner Fantasie und sagst, oh, wie wenn ich das jetzt machen würde und das und dann stellst du dir das vor und vielleicht ganz bizarr, wie du jemanden meiner reinhaust oder Gott weiß was tust, aber du wirst niemals zum Mörder, niemals in der Wirklichkeit, weil es ein Ausgleich ist und weil du natürlich dann so fantastisch bist, dass du dann plötzlich zurücktrittst in dieser bizarren Fantasie, die du gerade hast, dieser starken, bizarren, aggressiven Fantasie und denkst, mein Gott, wie gut, dass das nur eine Fantasie ist, würde ich niemals tun und dadurch bewahrt dich deine Fantasie von schlimmen Taten tatsächlich, von Verbrechen, von Aggressivität, die natürlich dir und anderen Menschen niemals gut tun kann, aber du brauchst die Fantasie, um mit diesem Phänomen Aggressivität und Wut und Zorn immer wieder umgehen zu können. Dann lebst du etwas aus, ohne zu leiden. Du lebst etwas aus, du stellst dir etwas vor. Natürlich kann man Leid nicht vollkommen vermeiden, aber das reelle Leid, das anfassbare Leid, das körperliche Leid, das Leid, das Folgen hat oder das Folgen bringt einfach auch, das ist natürlich ein ganz anderes Leid in der Realität als das, was du in deiner Fantasie auslebst. Also wir leiden in unserer Fantasie, zum Beispiel, wenn wir verlassen worden sind oder wenn wir irgendetwas getan haben, was nicht so toll war und dann überlegen wir das hin und her und spielen das durch mit verschiedenen Möglichkeiten und Panoramen und dann leben wir es aus und dadurch kommt ein Ausgleich, dadurch ist es wirklich so, dass mental eine Relativität passiert und dann leiden wir eben nicht wie in der typischen Realität, sondern nur auf der Fantasieebene. Also damit gleichen wir immer wieder etwas aus. Unsere Fantasie ist ein fantastisches Werkzeug dafür, dass wir etwas ausgleichen. Und Fantasie heißt ja, um es hier nochmal zu sagen, ich überlege, ich habe Gedanken in der Richtung, in der anderen Richtung, ich habe verschiedene Alternativen, ich imaginiere etwas, ich fühle dabei etwas. Also ich bin vollkommen beteiligt und produziere da etwas Mentales, Kognitives und anderes, das noch vorhanden ist außer der Kognition und daraus geschieht dann immer wieder ein Ausgleich. Dann übst du natürlich für deine Realität. Bevor ich etwas in der Realität tue und tatsächlich vollziehe, kann ich es vorüben für die Realität. Ich überlege, es könnte so gehen oder so gehen und ich habe dann meine Fantasien und dann lasse ich sie wieder los und dann setzt die Realität ein und die Realität ist dann eine Folge auch der möglichen Fantasien oder der Dinge, die ich in der Fantasie erlebt habe. Dann bist du natürlich schöpferisch und du bist kreativ und du bist flexibel. Fantasie hat eine außerordentliche Flexibilität. Sie ist in dem Sinne natürlicherweise nicht zwanghaft oder auf etwas Einseitiges fixiert, sondern sie ist tatsächlich flexibel. Sie hat viele, viele Möglichkeiten. Ich kann viele, viele Geschichten schöpfen, fantasieren. Dann bist du ganz für dich frei und unabhängig. Und das ist ein ganz großes Gut für uns als Menschen. Wir sind in der Fantasie, weil es ja unsere eigenen Gedanken sind, unsere eigenen Vorstellungen sind frei und unabhängig und niemandem verpflichtet. Und wir sind nicht in irgendeinen Dialog gezwungen oder in eine Belehrung oder in eine Unterlassungsklage und all die Geschichten, sondern wir sind tatsächlich enorm frei und unabhängig, und das ist ein ganz wichtiges Gut, der Fantasie. Dann kann dich niemand aufhalten und behindern, weil nur du bist es, der das konstruiert, die das konstruiert. Und niemand kann dich aufhalten und behindern. Die Gedanken sind frei. In die Gedanken kann man nicht hineingucken. Man kann sie vielleicht so ein Stückchen, Stückchen weit messen, aber nur ein Stückchen weit, ein kleines Stückchen, das ist längst weit entfernt vom typischen Gedankenlesen. Insofern kann dich niemand aufhalten und behindern. Dann bist du natürlich wacher und aufmerksamer, weil wenn du fantasiereich bist, dann bist du, wie gesagt, auch schöpferisch mit all den Möglichkeiten der Flexibilität und du bist gleichzeitig wacher und aufmerksamer. Das heißt, Bewusstsein und Erkenntnis und all die Möglichkeiten durch solche Aktivitäten werden enorm gefördert. Dann wird dein Menschsein mit viel mehr Möglichkeiten als der bloßen Realität bereichert. Die Realität ist eine Möglichkeit, sie ist eine Realitätsebene, aber die Fantasie hat viele Ebenen von möglichen Realitäten und dadurch entsteht eine Bereicherung der Realität und damit eben eine Vervollkommnung, geradezu der Realität, die sich durch die Fantasie gewissermaßen vervollkommnet und rundet. Dann bist du nicht verpflichtet. In der Fantasie bist du nicht verpflichtet. Du bist nicht deiner Gewissenhaftigkeit unterworfen, weil hoffentlich ist deine Fantasie von dem Gewissen möglichst befreit. Natürlich bist du dir im Klaren darüber, aber das Tolle ist ja, in der Fantasie, wenn ich auch bizarre, seltsame Fantasien, ich sagte es eingangs schon, habe, also sehr aggressive Fantasien zum Beispiel, dann ist da ja nicht eine Gewissenhaftigkeit, die mir das verbietet, sondern ich weiß, es ist eine Fantasie, das ist jetzt wie ein Traum. Das ist nicht eine Realität, die ich gemacht habe. Ich habe niemanden die Hand abgehackt. Ich habe niemanden in den Kopf geschossen und all das. Und insofern bist du nicht verpflichtet, sondern das ist ein eigener Lauf, ein Ausgleichslauf, der so wichtig ist. Du bleibst auf Ebenen des Auchmöglichen. Das heißt, wir haben die Realität, das, was wirklich konstruiert wurde und getan wurde in der Realität und das dann natürlich auch die Folgen hat, die es hat, positiv und negativ. Aber ich bleibe auf der Ebene des Auchmöglichen. Und damit habe ich Alternativen zu dem, was in der Realität stattgefunden hat. Dann wird ein reales Leben ausgeglichen. Der Ausgleich ist etwas sehr Produktives in den Fantasiekonstrukten, die wir als Menschen haben. Und damit bildet sich natürlich dann auch die erinnerte Realität. Wiederum anders. Sie ist einfach durch unsere Fantasie gefärbt oder sie verändert sich, gerade in der Erinnerung in unserer Lebensgeschichte, immer wieder durch die Fantasiekonstrukte, und damit bleibt das ganze Leben stets dynamisch und verändernd. Und es bleibt nichts gleich, auch wenn das, was damals stattgefunden hat, natürlich stattgefunden hat und auch so historisch belegbar ist. Aber trotzdem sind die Dinge, die du dann erlebt hast, durch deine Fantasie wesentlich bereichert. Du bist die Schöpferin, der Schöpfer der Welt. Das ist ein enormes Schöpfungspotenzial, das wir durch unsere menschliche Fantasie haben. Dann überträgt sich diese Fantasie in die möglichen Realitäten. Und dann optimiert sich auch die Realität. Das heißt, durch deine Fantasie, durch deine Vorstellungskraft optimiert sich die Realität. Dann bist du überlegter. Dann bist du auch achtsamer für die Realität. Dann hast du Szenarien vorher entworfen, bevor du in der Realität etwas umsetzt, die tatsächlich etwas durchsimuliert haben. Und gesehen, Hammer, es könnte so gehen, so sehen. Und dann kann ich besser vorhersehen. Ich kann besser antizipieren durch das. Und dann formt sich Realität einfach bewusster und damit in dem Sinne optimaler. Und ich bin nicht nur einem blinden Trial and Error oder einer blinden Reflexhaftigkeit oder Impulshaftigkeit unterworfen. Das sind mal so ein paar Ideen zur Fantasie, zu unserer menschlichen Fantasie, die uns stets und ständig das ganze Leben lang begleitet.